So, weiter geht's. Ach, war's nicht die Kacke mit dem scheiß Casino hier eigentlich? Oh nein, das war nicht das Casino. Das war der dämliche Fälscherring. Stimmt, weiter runter und dann links. Da ist die Tür. Hier. Ja, ja, die können alle hier Hilfe gebrauchen. Spionieren ist ein Symptom kranker Seelen. Also muss ich die Sender finden, oder? Du weißt, wovon ich rede. Ich sehe, was du siehst, wenn du die Augen schließt. Spionieren ist ein Symptom kranker Seelen. Als Individuum gehörte keiner von uns nach draußen. Dort war kein Platz für uns. Und das da oben sieht aus wie ein Sender. Die alten Gegensätze hätten sich selbst oben. Es gibt keine Uhr totes Polar. Der da an der Seite auch. Aber dafür muss ich an der Kamera vorbei. Nur das gemeinsame Bedürfnis, besser zu werden als hier. Gehen Sie da weg! Ja, da vorne links kann ich langlaufen. Pi mal Daumen. Wir müssen aufhören, herumzuschlüffeln. Ich komme da unten nicht an der Kamera vorbei, oder? Ich kann auch keine Waffe einsetzen. Egal, was ich mache, komme ich so nicht vorbei. Scheiße. Okay, dann nicht da links. Weil da links ist ja die Tür, wo wir nicht reinkommen. Irgendwie muss ich jetzt auf die andere Seite hochkommen. Da hinten ist auch noch ein Imitter. Zum ersten Mal in meinem Leben gehöre ich zu etwas. Ja, ja, zu irgendwas. Ich kann nicht mal Sachen schmeißen mehr. Oh, da waren Zubehörteile. Hydraulische Mikropumpe. Die Welt oben kennt nur Tod und Klarheit. Es reicht aus, uns im Geiste zu erkunden. Theoretisch. Komm mal mit. Es gibt Orte, die uns verboten sind. Ja, 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 ja. Es gibt auch Orte, die mir verboten sind, aber nicht heute. Gute Menschen stören Richard nicht. Es reicht aus, uns im Geiste zu erkunden. Spionieren ist ein Symptom kranker Seelen. Spionieren ist ein Symptom kranker Seelen. Boah, ich wünschte, ich könnte auf dieser scheiß Plastiktonne sitzen. Spionieren ist ein Symptom kranker Seelen. Versuchung für Konto. Geht doch. Kommen wir genau auf die andere Seite ran und können hier den Imitter installieren. Sie müssen aufhören, herumzuschnüffeln. Schnüffel doch nicht herum. Ach, da ist der Dritte. Jetzt bist du fällig, mein Freund. Was soll denn das? Und was haben sie dann? Jetzt hören wir dich scheiß Lügner da raus. Gute Menschen gehen nicht nach oben. Es ist nur die Kanalisation. Nur die zurechtgemachte Kanalisation. So, und jetzt werde ich den Leuten erzählen, was los ist. Er lebelt weiterhin den Raum mit Fragen und Zweifeln. Er trägt nichts bei. Er darf nichts sagen. Ich werde trotzdem einiges sagen, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Es gibt viel zu besprechen, Richard. Und jetzt können wir endlich reden. Warum haben Sie... Was stört Sie so sehr an unserem Versuch, etwas Besseres zu erschaffen? Sie meinen Ihren Versuch, Menschen zu kontrollieren. Sie verstärken Ihre Hypnose-Techniken mit einer Art Sozialoptimierer. Damit niemand widerspricht, niemand Sie in Frage stellt. Sie begreifen es nicht. Bitte. Diese Leute, sie wollen hier sein. Wir brauchen einander. Die Welt muss Ihnen extrem hässlich vorgekommen sein. Damit Sie so etwas tun und tatsächlich glauben, es wäre eine Alternative. Ich... Wir... Es ist ein Neuanfang, um der heutigen Gesellschaft zu entkommen. Und dem, was sie aus uns macht. Sie verstehen das nicht. Ich verstehe sehr wohl. Sie haben Menschen ausgewählt, die empfänglich waren, weil sie wie Sie Gründe zur Flucht hatten. Diese Leute sind keine Vermissten. Ich habe sie nicht von warmen Mahlzeiten und Betten weggezerrt. Wer nachts in der Kanalisation nach Antworten und Alternativen sucht, für den wird es nicht besser. Kein Verstecken mehr. Kein Weglaufen. Keine Einsamkeit. Sie brauchen mich. Sie brauchen einen Ort, wo sie willkommen sind. Und wer nicht willkommen ist, wer Fragen stellt oder sich widersetzt, so wie Wisnik, wie ich, die weisen Sie ohne Zögern ab, bedrohen Sie. Sorgen mit Geschützen dafür, dass Sie den Vorhang nie mehr zuziehen können. Die Waffen schützen lediglich das Ideal. Auch friedliebende Gemeinschaften müssen sich verteidigen können. Das hier ist keine Gemeinschaft, sondern ein Zaubertrick. Sie haben Menschen hypnotisiert und eine Fantasiewelt verkauft, wie Sie sie gerne hätten. Er... hat uns betrogen? Ich verstehe nicht. Nichts war von Bedeutung. Bitte geht nicht. Er kann mich bloß stellen, wie er will, aber das ändert nichts daran, wie es oben ist. Die Stilllegung. Die Trennung. Sie werden euch zusammentreiben, katalogisieren und Schlimmeres. Die beschissene Realität, vor der Sie die Menschen retten wollen. Jeder von uns hat das Recht, selbst damit klarzukommen. Geleitet von eigenen Instinkten und Impulsen. Sie können hier unten Ungerechtigkeiten verleugnen, solange Sie wollen. Für sich, aber nicht für andere. Bitte. Geht nicht. Wir waren seine Opfer. Es ist zu spät, Richard. Sie sind alle weg. Außer der eine. Der da steht. Ich fühle mich erniedrigt. Ich verstehe das nicht. Er hat auch schlimme Sachen mit euch angestellt, wenn er rauskam. Jetzt wird es dumm, aber wir hatten keine Wahl. Er war in unserem Kopf und hat uns eine Vision von sich suggeriert. Von uns selbst. Was hat uns hier geführt? Ich höre noch das Echo seiner Stimme. Dann wird auch ein bisschen dauern. Das ist ein bisschen schlimmer als ein Kater. Was hat uns hier geführt? Ich glaube, die Kameras sind jetzt auch ausgeschaltet. Ne, sie sind immer noch an. Ich weiß es nicht. Mich haben immer andere gefühlt. Ich komme aber nicht zu dem hin, aber wir haben ihn aufgehalten. Er kann jetzt in seinem Raum seine eigene Hypnobelt haben. Wir können die Karpen kommen. Unverteidloser beberhalten. So, die exklusive Neon-Party. Das können wir als nächstes machen. Dann kriegen wir auch einen neuen Punkt. Ein neuer Punkt. Und das war gut so. Gott weiß, wohin das geführt hätte, wenn Richard weitergemacht hätte. Wie viele andere gekommen und vom Bleiben überzeugt worden wären. Wir kamen zu ihm, weil wir nicht ins soziale Schema passten. Vom Gesetz verfolgt. Von der Revolution gehasst. Er bot einen Ausweg. Aber es gibt keinen. Exil vom Exil ist Exil. Sie sind jetzt frei, Bisnek. Keiner wird mir zu diesem Ort geführt. Zu ihm. Sie können gehen, wohin sie wollen. Sie können tun, was sie wollen. Ich will. Ich will. Ich bin allein. Ich will. Ich will. Dass die alle ne Matsch spielen haben inzwischen. Ich bin allein. Ich rette irgendwie nur Leute, die wirklich keine Banane haben mehr. Auf ihrem Kopf. Mir gefällt's hier unten. Wenn ihnen was nicht passt, können sie ja gehen. Den alle einfach fällig. Genauso wie die Thuse, die wir in den Pass gegeben haben. Das ist auch gedacht. Na toll. Schön, dass ich dir hier in den Pass gebracht habe. Oder beziehungsweise, dass du überhaupt irgendwas von mir bekommen hast. Kannst kaum ein Wort daraus bringen. Aber passt schon. Aber passt schon. Der Gag ist übrigens mit diesem Scheißpass, dass der mir wirklich sagt, der soll hier sein. Wann, Vincent, ist das vielleicht der Typ, der den Laden hat? Das ist überhaupt keine Frage. Aber es wird irgendwann vorbei. Gehen Sie weiter. Unfassbar, wie ignorant manche Menschen sein können. Wenn Sie nichts kaufen, müssen Sie hier auch nicht rumstehen. Das war's für heute. Sie haben alles gekauft, was ich hatte. Ah, der ist wohl gerade ein bisschen high. Sie suchen Vaklav, oder? Das sieht man. Aber seien Sie vorsichtig. Ein paar Schläger der Dwellys haben auch schon nach ihm gefragt. Sie suchen Vaklav, sie suchen Vaklav. Sie suchen Vaklav. Hallo, Pinto. Du suchst nicht auch zufällig einen Vaklav gerade im Chat? Mal ganz kurz hier in die Informationen gucken. Nee, etwas, etwa, Edward Brute. Sollte der heißen. Vergessen Sie es, kein Geld. Man hat einfach nie Zeit. Schon mal Regenbogen gepisst? Wir sollten unsere Suche nicht verstecken lassen. Meine Ware ist nichts für Sie. Wirklich. Hm. Weil wenn der Punkt ein bisschen falsch gesetzt ist, dann muss er trotzdem irgendwo hier sein. Jetzt habe ich die Markise da rausgezogen. Was mir auch nicht viel bringt. Dann werde ich clean. Genau. Noch eine letzte Runde zocken, Mami. Ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Ich kann die jetzt nicht vor die Oben ziehen. mit Steinen bewerfen. War ich hier schon drin? Anscheinend schon. Kann man nicht wohl von der anderen Seite, oder? Oh krass, ich kann jetzt... Ah, ich kann jetzt auf meine eigenen Wunde übrigens in den Kühlschrank bewegen, um da drunter das Dreieck einzusammeln. Da freut man sich, oder? Ah, ich kann von der anderen Seite da rein, ne? Deshalb, ich finde den einfach nicht. Keine Ahnung, wo der ist. Die Type. Dann lass uns erst mal das weitermachen mit den Drogen. Einsam. Wunderbar. Tja, ich war damals... Diese Reformen sollten... Bei uns stehen sie wegen ihrer Augmentierungen nicht abseits. Wir wollen das in den Kühlschrank bewegen. Pfff... Was ist denn? Das hör ich auf. Sorry Bullen. Ah, ich bin jetzt langsam ein bisschen... Verärgert darüber. Dass ich nichts finde. Kette, die Jungs von der Wartung sagen, ein gebrochenes Rohr hat die Energieversorgung der Tür lahmgelegt, aber sie können es erst morgen reparieren. Wir müssen die Zeit... Äh, Zuteilung daher erstmal kappen. Weil der ganze Bereich unter Strom stand. Sah echt fies aus. Sie soll meinetwegen meinen Remote-Zugang freischalten. Passwort ist Messier43. Danke fürs Passwort. Man sollte übrigens Passwörter in E-Mails immer trennen. Also wenn man jemand was schickt, schickst du zum Beispiel über zwei Adressen einmal das Passwort, einmal den Username. Die Passwort und Username im selben... In derselben E-Mail. Nur mal so als kleiner Tipp. Diese Drucker. Ich nehme wirklich alles mit. Unglaublich. Weil ich habe das letzte Mal ein Spiel gespielt, wo ich wirklich so alles mitnehme. Das müsste Mass Effect 3 gewesen sein. Hier ist schon ein bisschen was her. Boah, hier gibt es viel Hacken. Beziehungsweise Hacking-Software. Und hier haben wir bestimmt das Passwort jetzt schon, oder? Ah ne, hier können wir die Kameras ausschalten. Zum Bleistift. Aber hier war eh aus. Auf dem Dach konnte man die Wand einschlagen. Oh, der ist gar nicht drauf geachtet. Das Beste ist einfach, man betäubt die Leute und die liegen jetzt immer da. Das Beste ist einfach. Und hier sind einfach ein paar Tage. Das Beste ist einfach nicht der Fall. das Beste ist einfach einiges. Das Beste ist einfach einige. Und hier haben wir die Wand. Wollt ein F finger. Wo ist das Beste? Grund haben. Da ärgern die mich bestimmt wieder von der Wartung. Und dann gibt's hier gar nichts. Kein Abfalleimer rumspeisen. Ich bin Ihr neues Wartungspersonal. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie denn auch eine Castle & Keep Kreditkarte? Nein, nein. Alle Züge sind voll. Die Metro macht heute zu. Machen Sie ruhig weiter. Die Leute da drinnen liegen nur rum. Sir, es gibt ein besseres Leben für Augmentierende. Ja, ja, ja. Und es wartet in Ravia auf Sie. Das haben mir schon andere erzählt. Ein Königreich für ein Steak. Sind Sie von hier? Ich habe es, Klauen, diese Gegend. Ihre Geschichten und Kult... Ich habe niemanden getötet. Ich betöte mich nicht als Mörder. Ich morde Lügendwo. Ich habe bis jetzt einen Menschen getötet. Und das war in der Anfangsmission. Rund aus Versehen. Der ist in meinen Dolch reingelaufen. Ich habe jetzt gedacht, die haben alle schon Panik vor mir, nur weil ich gerade komme. Tut mir leid. Ich wollte nicht durch den Menschenbereich. Ich bin nicht viel los heute. Die Frage gerade im Schell, ob ich das Spiel vorbestellt habe oder ob ich die Bonis geholt habe. Ich habe das Spiel vorbestellt, natürlich. Du könntest ein Modemagazin machen. Aber es sieht nicht gut aus. Wir hatten schon genug Ärger. Ich mache ja auch keinen Ärger. Ich will jetzt nur die Wand einschlagen. Hier bei der Party. Und ein bisschen Spaß haben. Und ein bisschen Spaß haben. Untertitelung des ZDF, 2020